So meine lieben Freunde, neues Sportvideo, neues Fußballvideo, neues Hertha-Video. Gestern habe ich mir ja mal einen Tag Pause gegönnt. Ich habe zwar abends gestreamt, aber ja, muss auch mal sein. Hatte gut oder habe gut hier zu tun gerade in meinem Job. Jetzt staunen sich natürlich die Nachrichten schon wieder. Ein Tag kein Video gemacht, es geht, ja, eigentlich traurige Nachricht, um Pal Dardai und Zecke. Es geht um Alderete nochmal, Najar, der Wechsel ist fix. Und heute ganz frisch rein, neue Meldung, wie denn das Fußballstadion auf dem Maifeld ausschauen könnte und was denn da so die Kapazitäten sein könnten. Wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. Ja, Samstag machen wir wieder einen geilen Stream und zwar machen wir einen Community-Talk. Ich werde mit dem Mods immer wieder mal Leute bei mir in den Discord reinholen, mit denen man dann so 10 Minuten talkt. So drei Leute immer. Und ein paar Reactions machen wir danach dann auch noch. Also wird ein cooler Stream. Ich denke mal ab 19 Uhr, 19.30 Uhr freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr den Samstagabend mit mir auf Twitch verbringen wollt. Und ja, ansonsten... Achso, heute kam noch ein Video hoch, weil das ist auch ein bisschen Grundlage für das hier. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, auf meinem Zweitkanal könnt ihr euch gerne anschauen. Da geht es um die Marktwertanpassungen der Hertha-Spieler. Die wurde jetzt bei fast allen gestern oder vorgestern vorgenommen bei Transfermarkt.de. Und da könnt ihr mal schauen, wie sich unsere Spieler so bewertet haben oder wie die bewertet wurden nach dieser doch verkorksten Saison. Mit einigen Entscheidungen gehe ich nicht so ganz konform, aber könnt ihr ja gerne mal reingucken auf meinem Zweitkanal. Das neueste Video. Ja, lasst uns auch anfangen mit dem traurigen Thema Paldada. Ich kann es nur noch mal von mir erzählen. Für mich ist Paldada einer der wenigen Persönlichkeiten, wo man wirklich sagen kann, sowas gibt es heute eigentlich fast gar nicht mehr. Der hat Vereinstreue sich gefühlt tätowiert auf die Stirn. Damals zu seinen besten Zeiten, ich glaube, er ist 1997 relativ jung zu uns gewechselt als Spieler. Da habe ich Hertha noch gar nicht so verfolgt, da war ich noch viel zu klein. Aber als ich es dann verfolgt habe, so um die 2000er rum, immer absolut toller Spieler. Und da hatte er auch so seinen Hoch, wo sogar mal Bayern München an ihm interessiert war. Auch den hat er damals abgesagt, ist immer bei Hertha als Spieler geblieben. Dann als Trainer später, ja, nach seiner ersten Amtszeit, wo man ihn ja schon nicht für gut genug befunden hat. Und Michael Pehpunkt es dann mit Jovic probiert hat, hatte der auch Angebote von Köln und so weiter. Aber der ist immer bei Hertha geblieben. Der ist immer entweder bei Hertha oder nirgends, ja. Und deswegen umso trauriger, dass jetzt der Vertrag mit ihm aufgelöst wird. Er kam nie so richtig mit Fredi Bobic zurecht. Das, was immer meine Befürchtung war, dass er ihn eigentlich von Anfang an in der Saison gar nicht haben wollte und ihn es dann probiert hat, weil die Fans halt so hinter ihm standen nach dem Nicht-Abstieg und ihn dann trotzdem gekündigt hat. Das hat auch der Tagesspiegel jetzt nochmal bestätigt. Ich wusste nicht, dass das wirklich so fix ist. Auf jeden Fall behaupten sie dasselbe, was ich so vermutet habe. Die kommen einfach nicht miteinander zurecht. Und jetzt scheint nicht mal mehr ein Platz für ihn in unserer Jugendabteilung zu sein. Also mir blutet wirklich das Herz, muss ich wirklich sagen, weil das war immer in der Kindheit einer meiner absoluten Lieblingsspieler, eins der Idole, einen, mit dem man sich immer identifizieren kann. Aber ja, auf der Mitgliederversammlung hatte ja Bobic sich auch dahingehend so geäußert, es ist etwas vorgefallen, was man jetzt nicht nach außen kommunizieren kann, was es nicht möglich macht, weiter mit ihm zu arbeiten. Ich kann ja nicht reingucken, vielleicht hat er auch wirklich eine krasse Verfehlung sich geleistet und das geht nicht. Und man wird da Bobic unrecht, wenn man ihn jetzt hier dafür verurteilt. Aber gefühlt sägt Bobic alle Leute ab, die ich mag im Verein. Also wie soll ich es beschreiben? Wenn ich jetzt hier nicht diese Community mit euch hätte, ich kriege immer weniger Identifikation mit diesem Verein hin, weil alle Leute, die ich mag, gefühlt verscherbelt werden. Oder sich von denen getrennt wird. Und immer wieder neue Leute kommen, mit denen ich mich gar nicht identifizieren kann. Natürlich bleibt Hertha immer mein Verein, aber das fällt mir wirklich richtig schwer. Also diese Nachricht hat mich richtig traurig gemacht. Er hat selbst als Trainer bei uns mittlerweile über 200 Spieler absolviert auf der Bank. Hat uns ja auch immer gerettet. Stand, wenn es keiner mehr machen wollte, dann kam er als Spieler 372 Spieler, 21 Tore, 17 Vorlagen. Ich erinnere mich immer an das Spiel gegen Werder Bremen. Ich glaube, das war mein erstes Spiel im Stadion, wo er getroffen hat. Es war auch traurig, da haben wir 21 verloren, aber da habe ich mich schon im Pal quasi verliebt. Und jetzt hat er seit zwölf Jahren einen unbefristeten Vertrag bei uns gehabt, weil er ja auch immer wieder dann, er ist von einer Jugendmannschaft, dann ist er Retter geworden, dann ist er wieder zurück ins untere Glied, in die Jugendmannschaften gerückt. Und jetzt soll er ganz gehen. Und dadurch, dass er so lange einen unbefristeten Vertrag hat, wird es natürlich auch teuer. So wie die Bild schreibt, siebenstellige Ablösesumme dafür, dass er seinen Vertrag auflöst. Also ja, über einer Million Euro. Aber ganz ehrlich, hat er sich auch verdient, so vereinstreu, wie der immer war. Also den zahle ich liebend gerne, diese Abfindung, sage ich euch ehrlich, wie es ist. Das tut mir da bei anderen Leuten deutlich mehr weh. Und mit Zecke auch nicht viel besser. Also ich habe noch mehr Beziehungen zu Pal, aber mit Zecke auch nicht viel besser. Der ist ja auch immer mal wieder mit Unterbrechung als Spieler, aber eben auch als Co-Trainer und so weiter bei uns gewesen. Eigentlich seit 1998 und auch der soll jetzt gehen. Auch da hat Bobic versucht, mit ihm einen Auflösungsvertrag, sich auf einen Auflösungsvertrag zu einigen. Scheinbar wird er aber nicht in dem Bereich finanziell liegen, was sich Zecke vorgestellt hat, weil der hat gesagt, er wird jetzt einen Anwalt einschalten, laut der Bild-Zeitung. Das heißt, sehr, sehr traurig, dass es auch da mit einer absoluten Club-Legende wahrscheinlich auf einen Rechtsstreit hinausläuft. Aber gut, so ist es halt arbeitsrechtlich manchmal. Aber es ist wirklich sehr, sehr schade. Ja, was soll ich dazu sagen, Leute? Das hört auch nicht auf. Wenn man jetzt weiterguckt, die Bild berichtet auch, wird bald auch der letzte Dardai die Hertha verlassen, nachdem Benze Dardai ja, ähm, nicht Benze, sorry, Palco Dardai es bei uns ja nicht geschafft hat. Benze Dardai ist ja noch relativ jung bei uns. Aber Marton hatte sich ja eigentlich gut durchgesetzt und jetzt sieht es wirklich danach aus, als ob er wechselt, laut der Bild-Zeitung. Wie gesagt, er hat halt etliche Angebote, da habe ich ja schon mal ein Video drüber gemacht, Hoffenheim, Leipzig, Frankfurt und so weiter. Und scheinbar setzt man ja auch nicht zu 100 Prozent auf ihn. Wir haben hier eigentlich sowieso zu viele Innenverteidiger. Wir kommen gleich nochmal zur Alderete, rechnen wir den jetzt mal weg. Wir haben Uremovic, wir haben Gächter, wir haben Boyata, wir haben Kempf und wir haben Jordan und, ähm, Jordan und Marton. Ja, das sind sieben. Selbst wenn wir mit einer Fünferkette spielen, äh, mit einer Fünferkette spielen, würden ja fünf Innenverteidiger reichen. Also zwei müssten wir dann trotzdem noch loswerden. Und wahrscheinlich werden wir wieder, was ich eben schon gesagt habe, wieder ein Stück meine Seele rausreißen, äh, meiner Hertha-Seele wieder ein Stück Identifikation verliehen, indem wir Marton oder Jordan oder vielleicht sogar beide abgeben, weil das eben Spieler sind, die Geld bringen. Beide sind laut Transfermarkt.de fünf Millionen wert. Bei Jordan ist es sogar so, der hat ja nur noch ein Jahr Vertrag. Ähm, ich weiß nicht, ob er unbedingt weg will. Der ist bei Hertha groß geworden. Aber ich glaube nicht, dass er sich nach so einer Saison oder nach so einer Rückrunde, die er eben in Belgien gespielt hat, äh, in die Mannschaft des Monats, äh, in die Mannschaft des Monats, in die Mannschaft des Jahres aufgenommen, obwohl er nur ein halbes Jahr da war, Pokal-Belgischen geholt, international gespielt. Ich glaube nicht, dass er sich nochmal auf die Bank setzen will hinter drei andere Spieler. Ähnlich sieht es bei Marton aus. Und bei Jordan ist es noch so, ähm, verleihen kannst du den nicht nochmal. Ja, im nächsten Jahr läuft der Vertrag aus. Entweder der setzt sich jetzt hier durch und du verlängerst nochmal. Ich sehe das nicht kommen. Oder du verkaufst ihn jetzt. Dann kriegst du wahrscheinlich vier, fünf Millionen. Was absolut traurig ist für so eine Identifikationsfigur. Genauso wie bei Marton. Ja, der ist jetzt fünf Millionen wert, laut Transfermarkt.de. Hat noch bis 25 Vertrag. Vielleicht kriegst du auch sechs Millionen für ihn. Aber was ist denn das bei dem Talent? Jeder, jeder leckt sich nach solchen Spielern die Finger und wir geben sie ab, ja, weil wir dann lieber mit Boyata kämpfen. Ich sage ja nicht, dass die Spieler schlecht sind, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine als Hertha-Fan. Also ich bin wirklich, wirklich ziemlich enttäuscht. Noch wissen wir es ja nicht, wie es bei denen aussieht. Aber das mit der Dardai-Nachricht hat mich schon getroffen. Ich dachte vielleicht hätte man, könnte man, also es ist ja eigentlich nichts Neues, aber ich dachte vielleicht könnte man irgendwann das nochmal hinkriegen, dass er bei uns wenigstens im Jugendbereich arbeitet oder so. Finde ich sehr, sehr schade. Dann wurde auch bekannt gegeben, dass Najar, der U19-Innenverteidiger, jetzt fix zu Gladbach gewechselt ist. Er hat da einen Vertrag unterschrieben, ist ablösefrei von uns gegangen. Stand ja fast schon letzten Sommer fest, dass der uns verlassen wird nach Luca Netz, der Zweite, der nach Gladbach geht, wurde ja immer wieder schon spekuliert. Ja, gut, was soll man jetzt sagen? Man kann nicht jeden Jugendspieler halten. Wir haben sowieso genug Innenverteidiger. Keine Ahnung, wie der sich hätte durchsetzen sollen. Aber es ist natürlich trotzdem schade, sowas immer an direkten Konkurrenten in der Bundesliga zu verlieren. Zwölf Spiele hat er dieses Jahr für die U19 gemacht, null Tore, eine Vorlage. Nach Marktwert-Updates hat er jetzt einen Marktwert von 200.000 Euro und soll erstmal für die U23, also die zweite Mannschaft von Gladbach, in der vierten, also in der Regionalliga spielen. Also wäre nicht groß anders der Werdegang als bei uns. Frage ist, warum will er nicht bei uns in der U23 spielen? Immer wieder wird ja auch so gesagt, es ist wie bei so einem Azubi. Du fühlst dich nicht genug gewertschätzt im eigenen Verein. Ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Ich glaube, Jordan hatte das auch mal erzählt. Oder, nee, war das, ach, ich weiß es nicht mehr, wer es erzählt hat. Auf jeden Fall haben die erzählt, ja. Du kommst dir immer so vor, als ob du weniger wert bist, als die Spieler, die geholt werden, weil die wurden ja extra geholt. Vielleicht liegt es auch da dran, auf jeden Fall will Gladbach ja auch noch unseren Linksverteidiger aus der U19 Ulrich nachholen. Also es wird, ach, mein Kopf. Man müsste langsam mal irgendwie Gladbach da einen Riegel vorschieben. Also muss da irgendeinen Riegel vorschieben, wie ein Sandwich, schon wie ein Snack-Automat. Aber, ja, was willst du machen? Mal gucken, Ulrich, eigentlich für mich auch ein megatanentierter Linksverteidiger, wird diesem Ruf vielleicht auch noch folgen. Einer, der geht, wo man sagen kann, gut, kann ich nachvollziehen, ist Omar Alderete. Mittlerweile 25 Jahre alt, war ja auch so eins, wo ich immer gesagt habe, eins der größten Missverständnisse überhaupt. Angeblich damals 8 Millionen für ihn bezahlt, irgendwann hieß es dann nur noch 4 Millionen. Und keiner weiß, was jetzt die tatsächliche Ablöse für ihn war. An den FC Basel ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir ihn an FC Valencia ausgeliehen und auf einmal ist er total aufgeblüht. Der hat ja in der Fünferkette auf der linken Innenverteidigerposition gespielt. Absoluter Rambock, das kannte man ja von ihm. Der wurde abgefeiert, 29 Spiele, 2 Tore in der Liga, keine Vorlage. 15 gelbe Karten hat er in der Liga bekommen. Überlegt euch das mal. Und wer klopft natürlich an, wenn ein Spieler 15 gelbe Karten hat? Natürlich, Diego Simeone. Deswegen ist er bei Atletico mal dritt im Gespräch, dass die wohl Interesse an ihm haben. Aber jetzt wird erstmal wahrscheinlich Valencia die Kaufoption ziehen. Es gab ja ein Marktwert-Update auch für die Spieler in der La Liga. Und jetzt haltet euch fest, Omar Alderete ist einfach 10 Millionen Euro wert. Also während alle unsere Spieler bei Hertha im Transfermarkt fallen, steigt Omar Alderete. Und was ist das Clevere daran? Genau für den haben wir eine fixe Kaufoption für die Valencianer reingeschrieben. Und damals hieß es ja immer, die Kaufoption soll 7,5 bis 8 Millionen betragen. Wo wir alle dachten, ey Jackpot, ey, wenn wir den für 8 Millionen loskriegen, was ist das denn? Ja, laut dem TV-Sender El Chiringuiti, oder wie auch immer man den ausspricht, ist die Kaufoption wohl doch nur 6 Millionen. Und das ist natürlich wieder bitter. Muss man sich jetzt auch fragen, wonach bewertet Transfermarkt eigentlich diese ganzen Marktwerte? Warum fallen gefühlt alle Spieler, die bei Hertha unter Vertrag sind? Natürlich auch wegen der Leistung. Aber manche Spieler haben auch gut gespielt und fallen trotzdem. Und kaum bist du Spieler irgendwo anders, steigt der so extrem im Wert. Also, sorry, Omar Alderete, wenn der jetzt bei uns im Kader wäre, der wäre der teuerste Spieler unseres gesamten Kaders. Also, für mich kann das nicht angehen wie ein Elektrogerät, wo die Steckdose fehlt. Weil ich finde einfach, das ist verhältnismäßig nicht richtig. Er hat eine Megasaison gespielt in Spanien. Ja, weiß ich. Der hat auch mega für Stabilität in der Innenverteidigung gesorgt. Bringt auch genau diese südamerikanische Aggressivität mit, der Paraguayana. Bei uns hat er nie richtig funktioniert. Aber sorry, dass man den höher bewertet als zum Beispiel ein Toussaint, finde ich schon irgendwie eine Frechheit. Also, ganz ehrlich. Aber gut, so ist das halt. Beim spanischen Klub gespielt, der ein bisschen erfolgreicher war als Hertha auf jeden Fall. Dann hast du halt so eine Marktbewertung. Ja, wie würdet ihr das sehen? Ich freue mich natürlich trotzdem über 6 Millionen. Wir müssen weiter einen Transferüberschuss erzielen. Wir müssen wahrscheinlich auch noch Marton und Jordan oder einen von beiden verkaufen. Alderete, mit dem Geld müssen wir rechnen. Und 6 Millionen, schade natürlich, weil wenn er 10 wert ist und Atletico interessiert ist, hätte man bei der Vertragslaufzeit, die er noch hat, wahrscheinlich sogar 12 oder 13 kriegen können. Irgendwie läuft alles gerade gegen uns. Ja, egal, was wir machen. Wenn wir einen Spieler verleihen, der sich im Wert steigern soll, dann verringert er den Wert und der Verein will ihn nicht kaufen. Wenn wir einen mit Kaufoptionen verleihen, dann steigert er seinen Wert, sodass die den unter dem jetzigen Wert kaufen. Also, irgendwie läuft gerade transfermäßig nicht alles so, wie man es sich wünscht. Oder mache ich jetzt auch nicht immer zwangsläufig Fredi Bobic vor, wo vor der Saison hätte ich auch gesagt, super. Aber es läuft irgendwie alles nicht so richtig in unsere Richtung. So, was ist noch Interessantes passiert? Schiller hat sich mit Sportsenatoren Spranger getroffen. Heißt die Spranger? Ja. Es geht ums neue Stadion auf dem Maifeld. Stadion oder Konzept des Stadions nennt sich in Anführungsstrichen Maifield. In Anlehnung ans Maifeld. Wir haben ja vorgestern noch mal diskutiert über das Stadion, über die Kapazität. Ich habe es euch ja gesagt. Meines Erachtens nach, es gibt jetzt keine andere Lösung. Rominta Allee ist raus. Auch wegen der ganzen Häuser, die da gebaut wurden und so weiter. Und auf dem Maifeld gibt es wohl keinen Platz für höhere Kapazitäten als 45.000. Außerhalb von Berlin wollen wir auch nicht bauen. Da kann man jetzt sagen, wenn du alles nicht willst, irgendwas musst du nehmen. Man kann nicht alles haben. Aber ich sage es noch mal. Klar, unser Zuschauerschnitt war 45.000. Aber jetzt ein Stadion zu bauen mit 45.000. Wie gesagt, guckt euch mein Video von vor anderthalb Jahren an. Die Stadionauslastung bei allen Bundesliga-Clubs, die vorher ein altes Stadion hatten, wo sie weit weg waren, wo eine Tartan-Bahn dazwischen war. Was auch immer, war vorher im Schnitt bei 25 bis 30 Prozent weniger als im neuen Stadion. Und die sind nicht erfolgreicher oder so gewesen danach. Es ging einfach nur darum, dass sie dieses neue Stadion hatten. Ergo, wenn wir im Schnitt sowieso schon 45.000 haben, bräuchten wir schon ein Minimum. 55.000, eigentlich eher 60.000, 65.000. Wird hier nicht gehen. Ihr könnt es euch gerne bei BILD.de anschauen. Da sind ein paar Visualisierungen. Das soll wohl angelehnt sein vom Stil an das Stadion in Buenos Aires in Argentinien von den Boca Juniors. Jetzt muss ich nochmal nachhören. Bombinera heißt das Stadion. Ja, ich sag's, das sieht aus wie so ein, wie heißt es immer bei FIFA? El Municipal, dieses typische Spanien-Stadion. Ja, so ein typisches Stadion. Ich weiß jetzt natürlich nicht, das wird natürlich viel moderner aussehen. Es geht wahrscheinlich nur darum, wie die Tribünen so ungefähr gestaltet sind und von der Größe und so weiter. Weil natürlich werden wir ein Dach haben und es wird alles viel moderner aussehen. Aber Designsache ist eine Geschmacksfrage. Aber 45.000 überzeugt mich leider wirklich überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich noch schader finde, wenn es das Wort geben würde, ist, dass man bei internationalen Spielen, ich weiß, macht euch ruhig über uns lustig, wir sind sehr, 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 sehr weit entfernt von internationalen Spielen. Aber bei internationalen Spielen könnte man in diesem Stadion nur 36.500 Leute reinlassen. Und dann denke ich mir, also sorry, aber was ist, also jetzt mal ganz ehrlich, natürlich ist ein Hexenkessel, ist geil und so weiter, aber das ist doch nicht zukunftsorientiert. Das ist doch nicht zukunftsorientiert. Der einzige Vorteil ist natürlich, dass das Stadion relativ günstig ist bei der Größe. Schiller plant wohl mit rund 250 Millionen, wird eine dreiteilige Finanzierung durch drei verschiedene Investoren. Aber trotzdem, 36.000 international, das ist wirklich so ein Stadion, wie zum Beispiel bei, keine Ahnung, selbst FC Sevilla passen mehr rein, bei irgendeinem spanischen Klub, der ein uraltes Stadion hat und eigentlich ein neues Stadion will. So bauen wir unser neues Stadion. Also ich weiß ja nicht so richtig. 17.000 Stehplätze soll das beinhalten, 17.000 Stehplätze, an sich mega geil, wird ja verteilt sein. Andersrum denke ich mir, naja, 17.000 Stehplätze im Verhältnis zu 45.000 ist mir fast ein bisschen viel, muss ich sagen. Also das ist Geschmackssache, ich weiß, viele stehen, im wahrsten Sinne des Wortes, stehen auf Stehplätze. Aber ich finde, wir können ja mal kurz rechnen, 17 durch 45 sind 37 oder 38 Prozent. 38 Prozent der Plätze in einem Stadion zu Stehplätzen machen, also das ist mir schon ein bisschen heftig. Das ist mir schon ein bisschen heftig. Also 17.000 als Zahl, gar kein Problem. Im Olympiastadion, wenn das so wäre, gar kein Problem. Aber doch nicht bei so einer kleinen Kapazität, ja. Vor allem kannst du ja für Stehplätze auch nicht so hohe Preise nehmen. Also was ja erstmal gut ist, aber andersrum musst du es ja auch wieder finanzieren. Also, ja, Verhältnis, also wir reden nur von meinem Geschmack. Ihr könnt gerne euren Geschmack runterschreiben, natürlich kann man nicht alles haben, sonst werden wir ja gleich wieder schreiben, ja, dann müsst ihr außerhalb bauen, es geht halt nicht anders und so weiter. Aber ich kann ja trotzdem sagen, wie ich es finde. Ich finde es halt nicht optimal von der Größe und ich finde auch das Verhältnis von Stehplätzen zu normalen Plätzen ist mir zu krass. 3.000 Business Seeds soll es geben, 500 Plätze in der Loge. Und hinzu kommt noch, aufgrund der Lage und den Gegebenheiten auf dem Grundstück auf dem Maifeld soll wohl die Südseite, ja, also es gibt ja, wir haben dann wieder so eine Ostkurve wahrscheinlich, ja, dann haben wir wieder eine Südkurve, wo die Auswärtsfans sind und dann haben wir die Westseite und die Ostseite. Und die Ostseite, diese längliche Seite, da sollen dann, äh, die Südseite, sorry, äh, die Südseite, da sollen dann die Medienlandschaft kommen. Und dadurch, dass es irgendwie baumäßig da nicht anders geht, so wird die Südseite laut Beschreibung deutlich tiefer gebaut. Das heißt, du hast auch noch so ein Stadion, in der Visualisierung auf der Seite war es ein bisschen zu erkennen, du hast dann auch noch so ein Stadion, was gefühlt in Richtung einer Gegentribüne komplett offen eigentlich ist. Also da ist dann zwar diese Medienwelt, aber das sind keine richtigen kompletten Sitze und die Seite ist eigentlich offen und auch viel tiefer. Also so, da hast du auch wieder nicht diese geile Hexenkessel-Schallentwicklung und du hast offene Seiten, das mag ich ja gar nicht, optisch gesehen. Aber gut, ich bin halt auch nicht der Entscheider und ich weiß auch nicht, was es sonst alles für Probleme gibt. Wahrscheinlich geht es einfach nicht anders, sonst würde man es auch nicht machen. Aber bin schon ein bisschen von dem Vorschlag nach so vielen Jahren, so viele Jahre dran gearbeitet und das ist dann der Vorschlag. Also so hätte ich es mir nicht ausgesucht. Auf jeden Fall ist es so, dass Olympiastadion GmbH oder der Senat da weiterhin seine Zweifel hat, na klar, der große Mieter geht raus und so weiter, wie sollen wir das Olympiastadion vermieten? Jetzt kommen die schon wieder mit irgendwas um die Ecke. Da sagen die ja, was ist denn mit den Schallschutzmaßnahmen und so weiter? Weil wenn die Spiele in eurem neuen Stadion im Mayfield ausgetragen werden, dann haben wir ja gar keinen Schallschutz, wenn wir was an der Waldbühne oder im Olympiastadion machen wollen, wenn wir das an jemanden vermieten wollen. Also wir spielen einmal alle zwei Wochen zu Hause und die machen sich Panik wegen Schallschutz bei irgendeiner Veranstaltung. Also als ob das das Problem am Ende wäre. Keine Ahnung, man hat wirklich immer das Gefühl, dass die Stadt, weil die eben auf dieses Geld nicht verzichten kann, immer wieder irgendwas Neues sich raussucht, warum die das blockieren wollen. Das ist wirklich unglaublich, von daher kann man ja froh sein, dass es überhaupt so weit gekommen ist und dass Schiller sich da noch so einsetzt in dieser Runde. Ja, was kann man noch zu dem Stadionbau sagen? Schiller sagte, dass die Ostkurventickets nicht teurer werden sollen, was ich schon mal gut finde. Aber ist ja klar, wenn du so viele Stehplätze hast, kannst du die Stehplätze jetzt hier auf 30 Euro hochschrauben oder so oder auf 25. Das geht einfach nicht und man will das so querfinanzieren, dass man halt, was wir ja auch in dem Talk mit Kai hatten, was er ja schon gesagt hatte, was ihm nicht gefällt, dass das Verhältnis im Olympiastadion von günstigen Preisen zu hohen Preisen nicht hoch genug ist. Also es muss eine härtere Steigerung zu richtig guten Plätzen geben. Also dass die teuren Plätze die Leute wirklich deutlich mehr bezahlen als die mittelmäßigen Preise. Und das soll wohl auch hier der Fall sein, sodass man eben, das ist ja zum Beispiel bei Bayern auch so gewesen mit Uli Hoeneß bei dieser legendären Mitgliederversammlung, dass man die Kurvenkarten günstig lassen kann und dafür die Logen-Tickets und das alles andere deutlich teurer macht. Was ich aber eigentlich einen guten Ansatz finde, muss ich sagen. Ja, also was mir auch noch überhaupt aufstößt, ist wirklich diese Aussage, also so stand es zumindest in der Bild, weil man eben weiß, 45.000 ist nicht viel, will man drei Topspiele im Jahr im Olympiastadion weiter austragen. Also was ist das denn für eine bescheuerte Idee? Also entweder ich bleibe jetzt, entweder ich mache jetzt ein neues Stadion und das ist dann für alle Spiele oder eben nicht. Und vor allem auch von der Finanzierung her, dann zahle ich da Miete und zahle aber trotzdem gleichzeitig mein Stadion ab, was ich dann für das Topspiel nicht benutze. Klar kann es wirtschaftlich vielleicht Sinn machen, weil ich ja da 74.000 drin habe, eine Miete zahle und da nur 45.000 drin hätte. Aber ey, was soll denn das? Dann habe ich ja wieder, also ich will ja ein neues Stadion, damit ich einen Hexenkessel habe, damit ich nah dran sitze. Und dann habe ich das ausgerechnet in den Topspielen gegen vielleicht Union oder gegen Bayern, habe ich das wieder nicht und bin wieder im alten Olympiastadion. Also ich kann dem nichts abgewinnen, aber ihr wisst es ja auch, ich bin der absolute Meckerfritz, ich habe immer was zu meckern. Naja, ich habe nun mal auch immer was zu meckern bei Hertha. Es ist halt nicht so, wie ich es mir wünsche. Ich wünsche mir nicht, dass Marton Dardai geht, ich wünsche mir nicht, dass Pahl Dardai geht und ich wünsche mir nicht ein Stadion, was international, falls wir irgendwann mal international spielen sollten, 36.000 Plätze hat. Das einzige Gute, was Kai Bernstein ja damals auch im Talk mit mir angemerkt hat, ist natürlich, dass du so eine gewisse Exklusivität reinkriegst. Weil 45.000 in einem reinen Fußballstadion, bin ich mir sicher, je nach Preiskategorie, werden wir immer ausverkauft haben. Auch gegen schwächere Gegner. Und daher müssen die Leute dann halt schon eher eine Dauerkarte holen oder Mitglied werden, um überhaupt Chancen zu haben, an Karten zu kommen. Und das ist wieder ein Event. Es ist nicht so, ja, spielt Hertha heute, man könnte jetzt mal ins Stadion gehen, Karte kriegt man sowieso immer am Olympiastadion. Sondern es ist so, wenn du ins Olympiastadion willst, ey, kommt man da an Karten? Kennst du jemanden, der an Karten kommt? Bist du Mitglied? Oder ich werde mal auch Mitglied. Oder ich muss vier Wochen vorher planen, sonst kriege ich wieder keine Karten gegen Bielefeld im 9. Mai-Field. Also das ist so dieser einzige Vorteil, so ein bisschen diese künstliche Verknappung. Natürlich wäre es auch ein Hexenkessel, auch mit 45.000. Ey, brauchen wir uns nichts vormachen, wenn unsere Leute, wir machen ja manchmal mit 10.000 Leuten Stimmung. Ostkurve 7.500 plus noch ein bisschen Oberring und ein bisschen Seitenblöcke. 10.000 Leute in so einem Stadion, da reißen wir mal die Bude ab. Das ist keine Frage. Aber trotzdem ist es nicht ansatzweise so, wie ich es mir gewünscht hätte. Wenn ich eben Wünsche hätte äußern dürfen. Weil für mich persönlich, ich habe eine langfristige Vision, ich habe es verglichen mit allen anderen Bundesliga-Klubs, wie die die Auslastung erhöht haben. Für mich wäre schon 55.000 zu wenig, gerade mit der Vision, die wir irgendwann auch mal haben. Aber jetzt mit 45.000, ja, was soll ich dazu sagen? Aber nun gut, so ist es jetzt halt und mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Was ich auf jeden Fall gut finde, dass Schiller, obwohl er ja im Oktober aufhört, jetzt scheinbar nochmal richtig Druck dahinter bringt und wirklich hart an der Lösung arbeitet, wie das weitergehen soll. Schreibt mir sehr gerne ausführlich eure Meinung zu der Anzahl an Stehplätzen, zu der generellen Anzahl. Ob ihr das dann lieber woanders gehabt hättet, ob ihr das weiter verhandelt hättet. Schreibt mir eure Meinung einfach zum Stadion rein. Ich glaube, die ist sehr divers. Da sagt, glaube ich, jeder was anderes. Würde mich interessieren. Und ansonsten gibt es morgen ein neues Video. Wenn nicht wieder irgendwelche Breaking News sind, dann kommt morgen wieder ein Format 4 gewinnt von mir. Also vier Transfervorschläge für fredyb.wen er holen könnte. Sonntag kommt mein dritter Teil der Bobic-Analyse. Ja, und morgen ist auch ein Stream, freue ich mich drauf. Also lasst die Glocke hier auf jeden Fall an, damit ihr kein Video mehr verpasst, Leute. Und ansonsten, Wetter ist ja geil. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht es jut! Ich wünsche euch das Video.